Das war's für heute. Schieb die mal richtig raus. Die Schultern raus. Nee, raus. Irgendwas. Okay. Mach mal weiter. Mach das nochmal. Ganz groß. Ja. Genau. 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 Ja. Mach nochmal die rechte, äh, die linke Seite, die seitliche Brust. Die seitliche Brust. Damit du die richtig siehst. Dann siehst du, was ich meine. Wahnsinn. So muss das sein. Okay, dann mussten wir natürlich weiter rumkommen zu mir. Das Ganze nochmal. Und jetzt ganz rum. Genau. 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 Dreh dich mal mit großen Bewegungen nach hinten. Außerdem ist dein Rücken härter geworden. Spann den richtig an. Alter Schwede. Alter Schwede. Und ein bisschen mehr ins Licht. Bisschen mehr ins Licht. Ich muss. Dann siehst du es. Ja, ja, ja. Da geht's los, Zeller. Genau. Genau. Alles ganz großzügig. Okay. Zeig nochmal die Beine. Geht das? Ja. Boah. Alter Schwede. Scheiße. Wahnsinn. Nee, nee. Das Zeugst du nochmal richtig. Das andere dann auch nochmal richtig. Genau. Ja, ja. Ja. Denk an die Wade. Komm mal richtig mit der Wade rüber. Okay, jetzt musst du... Nicht im Licht. Okay. Okay.